Mein Name ist Alain Durieux. Ich bin Arbeiter bei der Lützbauer Fußball-Föderation seit 2001 und seit 2015 bin ich auch international für die TÜV. Ich denke, dass ich für kleine Mühle eine Person für den Fußball habe. Leider wäre ich nicht der allerbeste Fußballspieler. Ich wollte am Fußball am drei bleiben. Ich habe ein Niveau überlebt und ich bin decider, bei den Arbitrage zurückzuwiesen. Ich denke, die Motivation ist immer verbessert zu gehen. Für mich habe ich rüberzukommen, in allem international. Für die anderen Ziele zu erreichen. Ich denke, dass ein Arbitrage so schön für das Leben ist. Für ein bisschen Menschenkenntnis zu gewinnen. Trotzdem bin ich beim Fußball dabei zu bleiben, noch weil ich nicht mehr als Fußballspieler bin. Ich denke, dasselbe als Spieler. Ich muss noch lernen, mit der Fett in die Eins zu gehen. Für sich selber zu verbessern. Einmal ein bisschen die Gute zu kriegen. Für den Arbitrage auf ein bisschen höherer Niveau. Ich denke, als Junge, als Schüler, für mich wäre es doch flott. Ich finde, ich habe das ganze Spiel gepackt. Ich habe das ganze Spiel gepackt. Ich habe das ganze Spiel 20 Euro in der Tasche. Und ich werde das immer wieder anfangen. Meine Passion ist das Arbitrage.